Nach Dame auf dem Handy und Leiterspiel auf dem PC, denke ich, wird es auch an der Zeit, ein weiteres kleines Brettspiel auszuprobieren. Ja, anscheinend schon, ne? Mühle. Tja, heute mal mit etwas besserem Sound, das heißt, ich bin leiser, das Spiel. Lass die Maus ganz, bitte gehen. Schien, nur einen Luf. Okay, dann heiße ich halt Schien, nur einen Luf. Auch mal ein Kreativername. Oh Gott, ich habe nicht vergessen, wie die Mühle geht, aber... Da kann ich gedrückt. Ah doch, meinst du, 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 meinst du... Ich habe ihn vergessen, aber ich habe... Irgendwie, meinst du auch mal gesehen? So, dieses Geräusch hier. Ich bin im Bezug zu den, die ganze Zeit. Okay, neulich mal. Wie lange haben wir noch zu legen? Was ist das für ein Mühle? Wie viel... Hallo? Ach, das bin ich jetzt, jetzt, wo ich könnte. Ich glaube, ich habe gewonnen, ne? Ich glaube, ich habe gewonnen, ne? Ach so. Ach so, ne, man gewinnt ja gar nicht, so. Nein, man gewinnt nicht bei einer Mühle. Oh Gott, ich habe jetzt ja was weg. Du kannst einen meiner Steine entfernen. So funktioniert das Spiel. Nee, wir dürfen uns... Wir dürfen rutschen. Ein bisschen brutal, aber naja. Dann gehe ich mal hin. Zwickmühle geht hier auch nicht, glaube ich, ne? Doch, doch. Das ist aber doof. Ich dachte auch, über die Ecke geht doch gar keine Mühle. Nee, das tut in der Tat nicht. Das ist das, was ich jetzt sage. Das ist die Frage. Oh, Blasement. Oh, Blasement. Blasement. Ganz schlimm, Blasement. Oh, Mist, das habe ich übersehen. Ähnlich gesagt, übersehen. stetschen eingekesselt nach schaust schaust m die Regenbremse für die Gäste wir konzentrieren ist in der Tat mit dem Sturm ich um nachher erfolgreich zu sein. Oh! Nein! Ich will das nicht! Was wird er tun? Was wird er tun? Ich weiß aber nicht, wie ich es gerade sehe. Ich habe gesagt, du willst das Wort nie wieder in den Mund nehmen. Oh! Das hat natürlich auch zersiert. Nein. Ich will es nicht zersiert haben. Habe ich nicht. Das kann man nicht zeigen, ne? Nein. Kommt ein schönes Geräusch? Oh. Ähm. Wer kommt? Danke. Oh, Mist. Danke, somit hast du ihn aus der Mülle rausgenommen. Aus der Mülle kann man nicht... Oh Gott. Doof. Ich hätte eigentlich erst... in der Zeit gestraft werden könnte. Manchmal. Manchmal. Ich hätte zwar erst vor, keine Zwickmübel zu machen. Aber? Ja. Dann hat es gerade sich so gut ergeben. Hätte ich das auch die ganze Zeit machen können. Mäh. Nein. Ich stand so, dass ich deine Fähne vermasseln könnte. Wenn du hier stehen würdest, dann könntest du es mir vermasseln, dass ich es mache. Das tust du nicht. Oh. Oh. Aber ein kleines Putt-Putsch. Simo. Ja. Du bist gemein. Manchmal. Meinst du acht gemein. Das ist ja... Du lässt springen. Du lässt springen. Ach so, ich darf springen. Ja, wenn du nur noch drei hast, darfst du springen. Na gut, Revanche. Revanche, okay. Und diesmal ohne Zwickmühle? Ohne Zwickmühle. Du bist die Sekretärin. Die Sekretärin sein. Ich bin das wie Mandalay. Oh Gott, das war nicht gefährlich. Ich hätte jetzt fast hier hingesetzt und das muss dann super vollständig sein. Nicht, du bist gemein, das ist... Nein! Du bist dran. Ich meinte, du bist dran. Also du hast wirklich... Ich weiß nicht, was du im Kopf hast. Ich weiß nicht, was du im Kopf hast. Ach, nö! Jetzt kann ich es machen. Jetzt kann sie mich gar nur Miele gerade auf sich... Im Moment so plötzlich machen. Warum bin ich eigentlich so schlecht? Hm... Komm mal, ich geh'n wieder weg. Komm mal, ich geh'n wieder weg. Dann mach' ich hier'n hin. Ganz einfach ist das. Okay, willst du uns bewegen? Nein, ich will jetzt! Das ist der einzige Ort, wo ich mich überhaupt bewegen kann. Okay. Okay. So... Jetzt tue ich... Jetzt muss ich... Moment, ich bin sofort wieder da! Ja... Ähm... Was haben wir denn jetzt hier so für Fallfreiheiten? Komm mal so... Danke, dass du hier nicht zwischengekommen bist. Bumm, 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 alle weg! Nein! Wie kann man so schlecht sein? Frag' ich mich auch manchmal. Ich glaub' ich bin heute nicht fürs... Brettspielen geschaffen. Eben schon... Nicht geschafft. Oh, Null! Simon hätte es schon wieder jetzt wieder gehen können. Eben schon nicht geschafft, im Leiterspiel zu gewinnen. Jetzt mach' ich so... Ja, wir nehmen die direkt hintereinander auf, falls ihr fragt. Noch darfst du nicht springen? Was soll ich tun? Ich hab' ja nicht so viel Freiheit grad. Oh Gott, so schlecht war ich noch nie im Spiel, meine ich. Jetzt darf ich springen. Jetzt was zu springen. Ob mir das was bringt? Drei theoretisch? Ja. Warum? Sprechst du nicht hier hin? Ja, weil sie das eine Mühle gemacht hättest. Meine Güte. Hätt' ich verloren. Ich hab' eine Mühle gemacht. Ja, ich hab' nachgedacht. Stell's dir vor. Was ist das? Ich hab' das. Ich hab' das. Ja, ich hab' das. Ich hab' das. Was hast du vor? Was hast du vor? Keine Ahnung. Nein, ich hab' einen bösen Masterplan im Hintergrund. Hier kann ich nicht wegmachen. Hier kann ich nicht wegmachen. Hier kann ich nicht wegmachen. Mit dem ganzen Springen. Mit dem ganzen Springen hier. Du machst schon keine Fehler. Glaub mir. Ich mach' jetzt nicht die Fehler. Ja. Aus, ne? Aus. So, da wollen wir erstmal beenden. Ja, 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 ja. Tja. Wen tu ich raus? Mit welchen würdest du am liebsten mit einer Mühle gestalten? Eigentlich am liebsten mit dem Hechten. Okay. Wobei, nee. Wobei, nee. Mit dem oberen. Boom. Na gut. Noch eine Speedrunde. Eine Speedrunde. Bei der Red Lighter Spiel hieß die Speedrunde auch Speedrunde. War gar keiner. Zimmer wird schlau. Oh, ja. Ich bin immer schon schlauer gewesen. Ich hab's noch nie so gezeigt. Ähm. Oh Gott. Das bin ich mehr konzentriert, wenn ich nicht nochmal verlieren will. Mach' bestimmt deswegen schön dummer Fehler, aber man weiß es nicht. Oh Gott. Das bin ich mehr konzentriert, wenn ich nicht nochmal verlieren will. Wenn ich mir so dein Gesicht anschauen, dann hast du dir irgendwie schon so einen Plan oder so. Und das Lachen sagt das auch schon wieder. Ja. Ähm. Ja. Muss ja. Wusste ich nicht wie viel wir liegen. Ablegen dürfen. Was hab' verkackt. Wenn die sich viel gereicht über das Holz. Schau dich. So. Was werde ich denn jetzt entfernen? Ähm. Ich denke, es wird am schlauesten erst mal Diggins machen. Yes. Ich wollte schon sagen. Ich dachte mir einfach nur so. Was tut er da? Ich meine, ein offensichtliches Oh Yes. Ja, ich hab' schon gesehen. Ich hab' noch nicht. Gerade niemand hat sich wieder nicht so gut nachgedacht, was ich da machen könnte. Ähm. Tja. Ja, schön. Ist das schlau? Ich weiß es nicht. Wenn ich immer nur in meinen Mühlen feststecke, dann kommen wir nie weiter hier. Hm. Das schlägt müde wollen wir nicht. Nee. Das wollen wir in der Tat nicht. Ich fühle es auch mal irgendwie langweilig. Äh. Ich gebe eher das hier nicht. Warum denn nicht? Weil die Angaben wie immer ohne Gewehr sind. Weil die Angaben wie immer ohne Gewehr sind. Ist ja immer. Oh Gott. Das wollte ich gar nicht. Aber das ist eigentlich ganz gut. Warum? Wenn ich das weg mache. Ach so. Kannst du nicht sofort hinbekommen? Schade. Mir ist jetzt freundlich nicht so was hältst du mit dir in eine solche Situation gemacht. Natürlich kannst du jetzt frei eine Mühle gestalten. Wir gestalten Mühlen. So. Mache ich noch erstmal. Die drei kann ich nicht. Nicht. Die sind ja noch nicht so gefährlich. Das sieht mir aktuell am gefährlichsten aus. Tja. Tja. Das sieht dir gerade das am gefährlichsten aus. Tja. Das ist es ja auch. Tja. 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 aber das sein sollte ein Schlauheitsniveau es ist leicht schweig ich denke das kann natürlich sein und so hier hin das hier hin jetzt kommt das hier hin wir sind am Zug hast du irgendwas vor dir schaust mich so an das ist deine Pläne zu verstehen das kann ich auch nicht weg ja ich kann es nicht so schlau das ist mir das ist mir das ist mir alles gut danke ich bin mal bei Müller so nein oh Gott Moment 1 2 3 dann mach mir mal schön meinen Weg frei das ist mir das ist mir das ist mir den Weg nicht kannst du mal weg tun weg damit ja vielleicht solltest du Müller machen dann kannst du es vielleicht machen nicht kuchen 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 nie nicht rauch den ich gebraucht habe der fehler du lässt mir keine andere wahl irgendein anderen wegzunehmen oder lässt du mir noch kannst du mir immer noch nicht dazwischen setzen muss man mehr denken als bei das habe ich das gefühl ist ja auch schon ein bisschen unglaublich ist das ist ein guter punkt zu zerstören gar nicht so würde ich lassen nein es war nicht also ich habe es nur ein bisschen spät geredet also tt das hier dritte 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 heute bin ich nicht so gut dabei das Gefühl du bist echt blöchend vor allem dass ich dir auch noch sagen muss nein das stimmt schon meine das war nun wirklich mehr als offensichtlich späte reaktion würde ich sagen jetzt schmollen ich zurückgängig nein 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 jetzt schmollen ich doch nicht schmollen okay nicht schmollen ist ja schmolling diesmal ist mir wirklich keine andere wahl als den da oben zu verstören jetzt haben wir hier genau die andere seite jetzt steht da in mitten meiner vier ja schon stimmt schmollen 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 wo ist das alles alles ganz schnell gott und lässt das denken nach sie so gut bombe hier lang und wenn ihr noch dabei seid und liebe dich mich er hat seine schöne gestalt und bist du nicht willig so brauche ich gewalt merke ich mein vater mein vater jetzt fast der könig hat mir ein leids getan warum warum sag ich das weiß ich nicht er reitet geschwind in seinen armen das ächzende damen steinchen mühlenstein ihn erreichte das springen mit mühe und not in seinen armen die mühle wird seine mühlensteinchen waren alle taucht so weit wird nicht kommen denn ich werde deine zuerst vernichten wenn du es mal wenn du meinst ja das werde ich hilfe im simula grausatz er reitet geschwind in seinen armen das ächzende rind was für ein rind keine ahnung ne 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 ach nö was bin ich für so ein spätmerker wer mühlt zu spät durch nacht und wind wenn das jetzt schon so ist hier wird es erst wenn wir springen dürfen das wird spaßig tja jetzt ist es nur zwei steine die ich jetzt zerstören darf boh schön außenrum weil anders kann ich ja nicht tja schön gebaut schön tja 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 eine Mühle und du darfst komplett mit der Mühle springen aber es sieht nicht gerade gut für dich aus würde ich sagen ich darf ja nur sehen hier ne mist tja du darfst auch spenden übrigens ich weiß ich bin nicht alt und vergiss wieder damit habe ich nun wirklich nicht gewechselt sehr neulich du so ja das werde ich schon sein nein eigentlich wollte ich zuerst sagen ich habe nicht damit gerechnet dass du so aufmerksam ein bisschen da rein springst aber dann ist mir aufgefallen na gut ich habe kein Spiel gewonnen und damit beenden wir auch den Part ich gehe jetzt schmollen du gehst nicht schmollen no schmolling bis bald tschüss 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 Vielen Dank.